Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Unhealing Gagdrap Folge 7. 8. Hochebene des Verfalls. Hintergrund. Hier behandelt es sich um ein gruseliges, verfluchtes Labyrinth aus kolossalen Steinbrücken und Treppen, die augenscheinlich ins Nirgendwo führen. Die Historiker des griechenden Klosters glauben, dass diese Plateau ursprünglich eine gewöhnliche schwebende Insel im Ring um das Tintenherz war, doch sie wurde verfeinert, geformt und umgebildet, bis nichts mehr davon übrig war als ein verdrehtes, seltsames Skelett aus Stein. Der Zweck dieser Inglose an allein röstige Ketten und Eisenringe, die in den Winden reingelassen wurden, ist weiterhin unbekannt. Sie erinnern die Besucher jedoch unmissverständlich an ein Gefängnis für unmännliche Kreaturen, die an über der leeren Schwäne Pflanzen gefesselt wurden. Gut. 7. Folge 7. Insel Babo Babo 월weite Insel Babo Heute geht die Joga wieder los, ne? Heute Sonntag? Heute geht die Joga wieder los, ne? Heute Abend war die erste Matchkarte. Ich gehe you up kap. Am Anfang schon drei. Am Anfang schon vier oft. Willst du mich verarschen oder was? Vier Stück schon am Anfang. Wie viel hab ich? 400. Gehen wir mal zum ersten Fall. So, vor jedem baue ich jetzt mal so ein Ding hin. Äh, falsch. Ah, hier gibt's keine Waffe. Und hier nur die Tralli. Hier ist die erste Runde extrem schwer zu gestalten. Beziehungsweise auch zu meistern, weil man hat hier vier Stück, wo man... Ich will dann auch mal während dem Kampf welche bauen. Na gut, wir haben auch einen weiteren Weg. Vorsicht. Schau an diese Trämpfe. Ich bin ziemlich gut an das. Wir haben jetzt zwölf Aranope, zwei Häcksler, schwerer Aranope und Ankerungsmetallverröpter. Dekontane Indikator. Wave started. hoch, zwei Häcksler. Alles klar. This one's trying to break through. This one's trying to break through. Oh, oh, oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.